So, da sind wir wieder bei Let's Play-Turner. Aber erstmal rasten. Hier oben. Äh, bei wem ging das? Bei dem, oder? Rasten. Hm, geh ich jetzt links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Hm. Ich denke, ich gehe links. Macht ja eh keinen Unterschied. Hm, hm. Zack. Ach, verdammt, falsche Tür. Ach, diese Dinger explodieren. Autsch. Oh, greift aus. Greift, äh, weicht aus. Hm, hm. Hm. Ein und vier hat aber ganz schön viel HP. Hm. 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 Hm, nee. Übrigens, Stalaktit. Ich hab keine Ahnung. Einfach mal gucken. Hm, relativ. Aktiv. Teneris, Stufe 12. Yay. Ah. Aktiv, angriff, angriff. Aktiv, angriff. Aktiv, angriff. tempo und da Was ist das? Vom Text her... Ähm... Statuen, ja... Hoch wie in Wolken... In tief... ... tiefsten Tiefen... In den tiefsten Tiefen der Unterwelt... Ah... In den ewigen Flammen... Okay... Zack... Bam... Ähm... Zack... Zack... Stalaktit... Angriff... Bam... Die Vitina sind so einfach zu besiegen... Zack... So... Stufe 15... Oh... Cool... Hoch über den Wolken... Ah... Zack... Technik... Klicken... Angriff... 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 Down... Und das hier jetzt auch... Und das hier jetzt auch... Und was ist das? Ach so... Das schießt auf mich... Das Dreck... Ach... So... Hier muss ich hin, wenn ich die coolen hab... Ach ne... Ganz toll... Ich gehe jetzt aber kurz vorher nochmal rasten... Ach komm... Geh weg... Und... Ach... 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 Und wo genau? Zack, zack, zack. Ähm... Raptor, wo bei dieser Ruine soll denn da was sein? Ähm... In der Ruine selbst, äh, dieser Schatz, oder... ... obenrum, fände ich mich nicht. Hm... Ja, ne, eine Ruine, ja. Ah, hm, hm. Was ist denn eigentlich das danach? Äh, da bin ich noch nicht, oder? Ne. Geht für mich nicht so... Gut, hm... Zack. Hm. Ähm... Ah, ja. Hm? Ähm... Geisterumhang, hm? Ein fast transparenter Umhang. Geweihte Schwerten, ey. Geisterumhang. Ähm... Wow. Nett. Zack. Angriff, angriff. Staraktiv, angriff. Entschuldigung. Perfekt. Also, das muss jetzt auch da sein. Perfekt Äh, ne, wollt ihr mich verarschen? Nein Wo füllen das hin? Na, ganz toll Ah, ne, da war das Ähm, was hab ich in den anderen beiden Dingern da hinten noch? Nichts Ach nö, noch so'n Ding Scheiße Ich dachte, das fühlt sich was anderem Na, na, na Na gut, ich hab ja Lena und Daenerys zum Heilen Ja Klingelwirbel, Anruf, anrufen Zack Ha, zwei Mal ausgewichen, ha, ha, ha Ist besiegt Achso, ne, da war nichts Heiltrank Lichtkugel Und hier ist gar nichts, sonst Schade eigentlich Abgeschlossen Auch Krügel von Ha Was haben wir hier? Abgeschlossen So, jetzt kann ich nochmal vor das Ding, damit ich nochmal rasten kann und dann links gehen kann Oh, einfach vor der Ruine Soll er sein Hm, hm, hm Ja, wo soll denn hier was sein? Hm Ich hoffe, ob du weißt das Ich muss sich vielleicht nächstes Mal Vorher nachgucken Weil dann muss ich bestimmt in die Höhle Oder müssen wir so, unter Umständen Zack Na, na, na Und Mitte Geradeaus Rechts Dem Scheißteiler ausweichen Und hier haben wir ja noch einen Speicherpunkt Und rein da Wo ist denn meine Schatzkammer? Keine Ahnung Wow Ihr habt also auf die Schätze abgesehen? Noch eines Mal den besprochenen Mons Wesen Besprochen? Von dem mehrwärmlichen Zauberer? Nein Ich lebe hier schon viel länger Dann hast du ihn also getötet Ja, er konnte mich lange in den Schach halten Aber als er eines Tages unaufmerksam wurde Habe ich ihn getötet Und dann werde ich mich Auch um euch kümmern Ich habe Zerstörung Erstmal abwarten Wer sich hier um wen kümmert Minderwertiger Minderwertige Menschen Ihr macht euren Tod nur schmerzhafter Wenn ihr gegen mich kämpft Du hast ja nur ein paar tolle Sprüche drauf Damit kannst du vielleicht Kleriker an Angst machen Aber mir nicht Genau Warum eigentlich? Für Eriks sind alle Kleriker feige Auch du? Das habe ich nie gesagt Es ist sowieso egal Auf Kleriker oder Ritter Sterben tut ihr alle gleich schnell Du wirst uns nicht belegen Du ausgebotter Unterwelt Der Schöpfer wird uns im Kampf beistehen Ähm, okay Ähm Technik Magie Massenschild Stadaktit Und Ähm Gäneris Gäneris Bäm Bäm So Rasende Klinge Gäneris Magie Gäneris Du du Schnellen, früher, ey. Zack. Ups. Ähm. Flena. Oh je. Zack Angriff Spalaktit Und Magie Feuerfall Aber ich glaube Feuerfall bringt bestimmt nicht viel Mal sehen Ich denke eher nicht Ah geht Magie Heilen, zwei So Stimmt Damit will er mich aufhalten Hm, hm, hm Wer meint Ach man, der und seine scheiß Höllen Feier Ach, ich habe mal einen Angriff für einen, den es noch gemacht Ups Hm, hm Hm Lass doch mal dein Höllenfeier, du verdammter Lauch Moment, hm Bringt Lichtfunken was Einmal kann ich ja noch einmal Einsetzen, ne Na gut Was Hm Gegengift, nein Was haben wir überhaupt hier alles Hm Zack Ähm Ähm Angriff Ähm Magie Heilen Heilen Zwei Ja, jetzt muss geheilt werden Sack Angriff Angriff Heilen, zwei Und Angriff Angreif Angriff Lass So vous Ver Er olması Geht auf, Madon! Aua! Hm! Aua! Hm, hm, hm. Hm. Gineo ist wohl gelähmt. Ach, knapp. Ganz toll. Probieren hab ich zum Glück noch. Hm. Hm. Ach, Mann. Hey. Hey. Herrgott noch mal. Könnt's doch nicht sein. Hm. Hm. Oh, jetzt ganz normal gegriffen. Hm. Kurieren. Hm. Aua. Das war knapp bei Larisan. Aber es ist sowas von knapp. Ich glaub, sie muss auch Larisan. Wunder. 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 Ah, jörg. Wunder. 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 Drehsgeburt äh... Silversensor? Hält Angriff und Geschick. Zack. Einmal kurz hier wechseln. Ob sie vielleicht auch was bekommen hat? Hm, ne? Wollen wir wieder zurückwechseln. So, Raptor sagt mir, wo ungefähr der Schatz ist. Und ich mach hier... ...nen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin dein M.K. in Tina Jones.